Fuscht AG, Lanz. Grüezi Herr Fuscht, das ist Reinhard. Grüezi Reinhard. Ich rufe an wegen Ihrem neuen Umtauschrecht. Ja. 30 Tage. Ja. Neues WC-Bürstchen hätten wir gerne. Neues WC-Bürstchen. Das geht ja so nicht. Die können nicht einfach in Geld, was sie jetzt gebraucht haben, sagen, dass ich jetzt einmal angeboten gebe ich zurück und hole ein neues. Das funktioniert nicht so. Doch, doch, das sagen Sie ja. So ein Umtauschrecht, sogar wenn gebraucht. Ja, das ist richtig, aber gegen ein anderes Produkt. Also, wenn wir jetzt würden uns ein WC-Bürstchen zurückbringen, dann kaufen wir gleichzeitig noch ein neues und nach 30 Tagen bringen wir dann noch das alte zurück, das wir dann von 60 Tagen gekauft haben und bekommen ein neues rüber. Nein, 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 das funktioniert überhaupt nicht so. Ich rufe Sie mal auf und verbinde. Ich rufe in die Bratabteilung. Bleiben Sie mal dran. Ich warte, wir haben ja noch Zeit. Fuscht AG, Marcjana. Grüezi Herr, Marcjana. Marcjana, ja. Marcjana, ja. Marcjana. Ich habe vorhin gerade mit dem Herrn Lanz geredet, von unten dran. Ja. Es geht um mein WC-Bürstchen und er hat gesagt, ich muss das über Sie machen, das geht bei ihm eben nicht. Bei wem haben Sie das Bürstchen gekauft? Beim Herrn Fuscht. Der Planer möchte ich wissen. Der Verkäufer. Ja, Fuscht heisst er. Es ist Fuscht draufgestanden auf dem Mantel. Ja, schon. Ist das im Mundhörser wahrscheinlich gewesen. Schauen Sie, kommen Sie doch einmal bei mir im Studio Filmsdorf. Dann schauen wir das Zeug zusammen an. Ja, ja. Ist das okay so? Sind Sie auch mit Fuscht angeschrieben? Ich bin auch mit Fuscht angeschrieben, ja. Ja, das ist wunderbar. Dann müssen wir bei ihm, dass wir uns melden müssen.